Herzliches Willkommen zurück zu Seim des Sausser. So, wir haben ein paar Gegenstände jetzt erhalten, wo ich sage, okay, das müssen wir probieren. Einmal diesen Stein mit Fossil, den gibt man wahrscheinlich... Welche war denn das jetzt? Mittendrin steckt ein Fossil. Genau, das. Keine Ahnung, was wir mit dem machen. Aber was ich weiß, diese Einkaufsliste muss auch ins Dorf. Also sprich, erstmal komplett zurück. So, da wäre so ein Teleport auch nicht schlecht gewesen. Jetzt muss ich überlegen, das ist auch interessant. Steigeisen. Das geht doch so nicht. Kann ich das Schild irgendwie... Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Ich habe immer noch den weißen Geist. Eine stinkende Flüssigkeit in einem Glas. Ja, dann fällt mir leider jetzt erstmal nichts dazu ein, aber da wird es irgendwo hochgehen. Da, wie wir gehen, oder? So. Jetzt gehen wir da lang. Hier kann ich nicht hin, oder? Warte, wir gucken mal. Ne, okay. Warte, stopp, stopp. Du kannst wieder zurück. Kein Freund. Habe ich jetzt oben, ich habe oben... Achso, geangelt habe ich da. Was ist denn das für ein hässliches Fiepsen? Das geht doch so nicht. Das ist ja furchtbar, da muss ich weg. Ja, der hat schon Eis an den Flügeln. Da könnte schon noch was sein. Ich verstehe auch diese komischen Statuen nicht. Warum sind diese Statuen da? Oh, schön schnarchen, mein Freund. Ich will endlich hier, da weiterkommen. Aber was mache ich mit diesem komischen Milahit? Das weiß ich jetzt nicht so richtig. So, jetzt haben wir Sumpflingshütte. Und ich glaube, jetzt muss ich noch mal zweimal nach links. Dann komme ich in diese komische Kreuzung. Dann muss ich, glaube ich, danach auch gleich wieder links... Mit den, äh, ich wollte schon Bücherwürmern sagen. Mit den Holzwürmern muss auch noch irgendwas geschehen. Brauchen wir auch noch irgendwie so leckeres Holz oder so. So, jetzt testen wir das mal kurz. Da ist das Wort Bier draufgegriffen. Ne, das meine ich nicht. Das geht doch so nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dieser Schmied, der hat ja null Funktionen gehabt bisher. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Nachdenken. Moment. Ich bin jetzt hier... Dann... Eigentlich... Ja, ich glaube, ich kann jetzt komplett immer... Gerade... Also links entlang... Und wenn ich mich nicht täusche, kommt jetzt die Eule oder eins weiter oder so? Sehen wir gleich. Okay, ich weiß, wo ich bin. Aber ich werde es doch nicht lernen, hier noch diese Strecke hier irgendwie einzuprägen. Das wäre ein Wunder. So. Sehr schön. Also. Aber im Dorf verlaufe ich mich dafür wieder. Was habe ich gesagt? Ich will die Einkaufsliste loswerden. Und ich will zum Schmied. Alles klar. Ja, perfekt. So, guck mal. Hierher kommt der Asparagusgelee mit all den anderen Gelees. Das geht doch so nicht. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwindung findet. Äh? Okay. Und ich sage, er gehört hierher. Okay. Ich muss mal aufs Klo. Ach, Kalypsus-Nachricht. Du wirst dich beherrschen. Boah, fast hätte ich es gekackt, gell. Dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Das geht doch so nicht. Gar nicht wahr. Ich war zuerst... Einkaufsliste an... Entschuldigung. Ah. Du bist nicht der, der sonst kommt. Er ist krank. Oh. Na gut. Sag dem Lieferjungen, dass wir es draußen stehen lassen, wenn wir damit fertig sind. Okidoki. Äh? Wenn ihr damit fertig seid? Hier steht aber nichts draußen. Okay, dann dauert das vielleicht eine Weile. Ähm, was wollte ich jetzt zum Schmied? Ei, hoffentlich klappt das, weil, ähm... Dann weiß ich nämlich nicht mehr weiter. Jetzt nochmal gucken. Da ist das Wort. Wie draufgekritzelt. Ja, das fühle ich nicht. Benutze Stein mit... Amboss. Ich muss einfach mal gucken, ob das... Bitte, 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 bitte. Ich wusste es. Geil. Okay. Ich habe ein Fossil. Und das Fossil gebe ich jetzt dem guten Doktor. Und vielleicht haben die... Das ist voll geil. Also, hat der Schmied doch eine Funktion. Öffnen. Was habe ich hier Schönes drin? Bin echt gespannt. Vielleicht das Holz für die... Es ist dunkel hier drinnen. Zum Glück bin ich so klein. Ich möchte wissen, wann wir ankommen. Ich ziehe besser den Ring an. Gut. Irgendwas ist hier nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warte mal kurz. Hä, wo bin ich? Ich hatte ihn verkehrt herum auf. Okay, krass. Wie kann man einen Ring verkehrt herum aufhaben? Da ist ein Haufen leerer Pappschachtel. Da ist mein Zauberbuch drin. Dein Zauber... Das ist eine Nummer zu groß für mich. Das ergibt doch keinen Sinn. Da ist dein Zauberbuch drin. Wo denn? Geil. Aber was mache ich mit dem Zauberbuch? Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Da ist ein loses Stück Papier. Es ist über und über mit Symbolen versehen. Anscheinend wollte jemand mein Zauberbuch benutzen. Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Oh Gott. Bitte lass mich hier rauskommen. Ich glaube, ich komme hier nicht raus. Es ist abgeschlossen. Shit. Oh, was ist das? Rattenknochen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe gedacht, in der Kiste da, da, da sind irgendwelche geilen Gegenstände. Könnte ich das als niedrig benutzen? Da ist nichts, womit ich den Schlüssel kriegen kann. Was? Da ist nichts, womit ich den Schlüssel... Warte mal. Mit der Tür. Das geht doch so nicht. Wieso kannst du mich mit dem... Da ist nichts, womit ich den Schlüssel kriegen kann. Äh... Magnet? Nee, wahrscheinlich nicht. Das geht doch so nicht. Ah, falsch. Das geht doch so nicht. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Es ist abgeschlossen. Das wäre so dumm gewesen. Das ergibt doch keinen Sinn. Nicht die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Das geht doch so nicht. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Ah, okay. Das geht doch so nicht. Ich kann halt auch nicht zurück, oder? Verzehren, nimm, schließe, benutze, trage, gib. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Ich habe keine Ahnung. Das geht doch so nicht. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Das geht doch so nicht. Das wäre so cool gewesen. Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Ja, aber wäre doch gut. Scheiße. Das geht doch so nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Oh, 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 oh. Das geht doch so nicht. Ich überlege gerade, ob ich mich dafür nicht verstehe. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Das trage ich nicht. Sieht nicht so aus, als könnte man das schließen. Da ist ein Haufen leerer Pappschachtel. Das geht doch so nicht. Das kann ich mit Papier machen. Anzünden, diese Schneiden. Das geht doch so nicht. Boah. Jetzt blamiere ich mich tatsächlich. Man braucht einen Schlüssel zum Öffnen. Okay. Das macht man nochmal von oben. Das geht doch so nicht. Dieses blöde Papier. Oh. Was hat er jetzt gemacht? Er hat das Papier runtergelegt. Warum? Hä? Warum geht es jetzt? Warum ist das... Das kapiere ich überhaupt nicht. Okay, ich bin total verrückt. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das Papier drunter geschoben. Den Rattenknochen benutzt, dass der Schlüssel runterfällt. Und jetzt habe ich den Schlüssel. Alles klar. Öffne dich. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Ja, ich weiß. Öffne die Tür. Jetzt bin ich echt gespannt, wo ich rauskomme. Oh. Ihhh. Äh. Habt ihr das gerade gesehen? Komme ich da vorbei? Das geht doch so nicht. Achtung. Äh. Ich kotze gleich. Boah, ist das widerlich. Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Ich möchte nicht noch einmal gekocht werden. Das geht doch so nicht. Heide, nein. Das geht doch so nicht. Rat ihm eine über oder so. Wieso kann ich das nicht mit ihm benutzen? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Warum nicht? Das geht doch so nicht. Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Pff. Oh. Ich trottel. Hier geht sie runter. Sehe ich gerade. Heide, nein. Oh. Oh. Okay. Hier wird es spannend. Deswegen würde ich nämlich jetzt hier sagen, sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.